Einig sind sie sich noch nicht. Aber das ist wohl nur eine Frage der Zeit. Freitag enthüllte Bild, dass Gladbach heiß auf 96 Torjäger Niklas Vöhlkrug, 25, 14 Saisontore, ist. So heiß, dass Manager Max Eberl bereits ein offizielles Angebot bei den Roten platziert hat. Das erste Gebot, knapp mehr als 10 Millionen, bestätigte Boss Martin Kind, uns liegt ein Angebot aus Gladbach vor. Dieses Angebot haben wir abgelehnt. Keine überraschende Reaktion. Das ist das gute Recht von 96, sagt Fülle-Berater Gunther Neuhaus Stars & Friends, entspannt. Der Klub hat einen laufenden Vertrag mit Niklas. Überraschender ist da schon die Tatsache, dass die Roten den Transfer nicht grundsätzlich ausgeschlossen haben. Dieses Signal kam auch bei Eberl an. Füllkrug verhandelt mit Gladbach. Vor dem ersten Angebot versicherte sich Eberl, dass Fülle grundsätzlich Interesse an einem Gladbach-Wechsel hat. Vor er jetzt nachlegt, muss er versuchen, sich mit Füllkrug zu einigen. Das würde den Druck auf die Roten im Ablöse-Poker erhöhen. In Gladbach ist von einem Vertrag bis 2022 mit, Minimum, 2 Millionen Jahresgage die Rede. Bei 96 verdient Fülle bis 2020 gerade mal die Hälfte. Dazu kommt, dass der ehrgeizige Füllkrug auf die National-Elf schielt. Beim Neuaufbau nach der WM haben die Strafraumstürmer Gomez, 32, und Petersen, 29, keine Zukunft, Wagner, 30, ist bereits zurückgetreten. Und von Gladbach schaffte schon Ex-96 Kapitän Stindl den Sprung zu Jogi. Im Ablöse-Poker ist jetzt Gladbach am Zug. Aus 96 Kreisen ist zu hören, dass unter 13 Millionen nichts geht. Dazu Erfolgsaufschläge fürs Erreichen der Europa- oder Champions League. Je mehr, je besser. Denken Sie auch bei Aufsteigern Nürnberg. Der Ex-Club von Fülle ist mit 10% am Weiterverkauf beteiligt. 10 Cent für jeden Euro, der die Ablöse 2016, 2,2 Millionen, übersteigt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.